Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Talk. Heute zu Gast habe ich Nikolaj. Er ist professioneller Fotograf und Creator. Wie sein Start in die Selbstständigkeit abgelaufen ist, welche Hürden und Schwierigkeiten er zu bewältigen hatte, aber auch auf welchen namhaften Festivals und mit welchen großen Brands er bereits zusammengearbeitet hat, erzählt er uns in dieser Folge. Seid gespannt und taucht gemeinsam mit uns in die Welt eines Profi-Fotografen. Viel Spaß! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Nicht in die Kamera bekommen. Also kannst du auch, wenn du natürlich jetzt so den... Naja, ist gut, ist gut. Krieg hin. Okay, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Podcast. Und ich habe, du lachst schon, das ist ein anderes Intro, ich habe heute den Nikolai neben mir sitzen, hier auf unserer Casting-Couch. Aha. Hallihallo. Herzlich Willkommen, Nikolai. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ja, aber sehr gerne. Du bist aus dem weit entfernten Köln heute angepasst. Ja, extra für dich. Extra nur für dich. Nur für dich. Oder vielleicht auch, weil wir gleich noch essen gehen. Daher weht der Wind. Daher weht der Wind. Der ist essen, war überzeugend, ne? Genau. Ich weiß vielleicht noch nicht, wo es hingeht, aber ich bin mal gespannt. Tapas. Spanische Tapas. Fein. Ganz frisch aufgemacht, es wird gut. Freue mich. Freue mich. So, war es dann für heute? Das war es. Wir gehen jetzt essen, Leute. Nee, natürlich war es das nicht. Ich würde sagen, Nikolai, stell du dich erstmal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Jo. Du bist ein geiler Typ. Nee, ich bin Nikolai, ich komme aus Köln. Und ich bin von Beruf, ja, Festival-Fotograf, würde ich sagen, fast schon, ne? Und irgendwie Content-Creator. Mach viel mit Influencern zusammen aus Köln. Und, ja, für große Brands bin ich auch ab und zu unterwegs. Genau. Voll geil. Interessant. Breit gefächert irgendwie und irgendwie auch nicht. Also ich meine, du hast dich voll spezialisiert auf Festivals, hast du gesagt. Ja, ist halt leider so ein Sommerding, ne? Ist so ein Sommerding, ja. Aber irgendwie muss ja auch Kohl im Winter rumkommen. Oder jetzt hier Electric Mountain war jetzt auch, ne? Nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche. Ist dann nicht ganz so Sommer, sondern so ein bisschen noch mit Berge auch. Ja, ab und zu muss auch sein. Ab und zu Sommer sein, um das Jahr zu füllen. Aber wie bist du dazu gekommen? Wir swipen mal so ein bisschen zurück in deinem Leben. Hast du was ordentliches gelernt? Boah, tatsächlich habe ich BWL studiert gehabt in Enschede, um man es glaubt oder nicht. Ich habe BWL-Gust durch, ja. Ne, ich war dann für ein halbes Jahr in Enschede und ich hatte vorher mal im Abi gesagt, so, wenn ich auf irgendwas keinen Bock mehr habe, dann mache ich das nicht mehr, weil ich habe Maschinenmorder im Abi gehabt und das war überhaupt nichts. Ich habe gesagt, okay, hier vermute ich, hier ziehe ich durch. Und dann ein halbes Jahr Enschede und dann war das irgendwie nichts. kurz gearbeitet und dann ist durch Zufall Anfang 2019, hat mir ein, war ein Kollege im Bootshaus auflegen bei so einem DJ-Contest und da habe ich mich mit dem Bootshaus-Fotografen gut unterhalten und connected an dem Abend und irgendwie dann in die DMs später geslidet und meinte dann so, jo, wie schaut das aus, wenn du irgendwie was hast, worum du mich mitnehmen kannst, mach gerne. Ich mache auch unpaid, einfach um irgendwie so reinzukommen. Das ist, glaube ich, der Standardweg. Referenz noch zu sammeln irgendwie. Genau, genau. Ne, und dann bin ich im, boah, wann war das? Im Sommer war dann mein erstes Festival, was ich gemacht habe, direkt World Club Dome in Frankfurt, Summer Edition, konnte man machen, für Moskowskaia waren wir da, also nicht irgendwie offiziell für den Verein, sondern dann halt, wie gesagt, für den Getränkehersteller und darüber ging das dann mit dem Patrick weiter, dass ich noch das Sunset Beach gemacht habe bei unserer Heimat und die Airbeat und ja, daraufhin folgte im Winter ein paar Veranstaltungen im Bootshaus, die wir gemacht haben, ich weiß nicht, hier W&W und Don Diablo, wer die Leute kennt. Ja, und daraufhin kam Corona. Dann war erst mal so und dann war nix. Ne, und ja, nach Corona dachte ich mir, okay, irgendwie muss ich jetzt hier was machen. Was hast du während Corona gemacht? Ich habe dann angefangen, parallel noch im Urlaub, ne, schon wer es, ich habe angefangen Film zu studieren in Köln an der SAE und habe tatsächlich auch einen Bachelor. Ob man es glaubt oder nicht. Und habe dann halt nebenbei irgendwie, war mit allem bei mir aus dem Kurs, wie man das auch immer sagt, der Einzige, der irgendwie so nebenbei irgendwie so ein bisschen Geld immer verdient hat durch Videoproduktion, Fotoproduktion, whatever. Und dadurch kam das Ganze so irgendwie ins Rollen, weil du kannst nicht nach dem Studium davon ausgehen, vor allen Dingen, wenn du irgendwie privat studierst, was es halt war, dass du auf einmal irgendwie zig Referenzen hast oder dass die Leute dann auf einmal hingehen und dich buchen, ohne dass du irgendwie was gemacht hast. Und das Ganze funktioniert halt nicht und dann nach und nach immer ein bisschen gearbeitet und dann wurde das immer größer, immer versucht irgendwie gut zu netzwerken, gerade irgendwie über Instagram funktioniert das wunderbar. Ja, und dann kam das jetzt über Empfehlungen alles. Geil. Also machst du auch anscheinend einen ganz guten Job. Ja, scheint so. Scheint so. Ist in Ordnung. Sonst würde man dich nicht weiterempfehlen. Ja. Aber mit Lob kann ich nicht umgehen. Wie war das denn früher? Also klar, du bist jetzt so voll tief schnell im Thema drin, aber ich meine so die Leidenschaft zum Fotografieren oder generell zur Kamera, ich meine, da musst du auch erstmal drauf kommen, weil es ist auch so ein nicht ganz günstiges Hobby, glaube ich. Ja, ja. Gerade wenn du damit anfängst, aber war das schon immer so, dass du gesagt hast, boah, ich habe mich einfach mal ausprobiert mit einer Kamera oder hast du gesagt, boah, ich habe jetzt so ein typisches Studio-Shooting gewonnen und hast gesagt, boah, das ist aber schön hier und dann, so echt, ich will das auch machen, aber. Ähm, ja, ein bisschen cringe die Story jetzt. Jetzt kommst du. Ne, ich habe damals mit einem Kollegen, ähm, also dort das Studio-Shooting, so dieses. Ne, 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 sowas nicht. Ich habe damals mit einem Kollegen zusammen, ähm, so ein bisschen, wie heißt das, ja, Multilevel-Marketing und so ein Bums, äh, da haben wir uns die Finger dran verbrannt und, äh, ja, um da den Öffentlichkeitsauftritt zu bespielen, musste man auch Fotos machen und das haben wir dann irgendwie getan, ähm, Dominik hatte sich damals eine Kamera gekauft und, äh, viel ausprobiert, irgendwie dann auch viel in Photoshop irgendwie so selber gemacht, so, ich glaube, Levitation heißt es oder Levitation-Effekt, also hier irgendwie so Leitern wegschrauben und dann schwebst du da in der Luft, äh, ne, und dadurch, dadurch kam das und ich bin dann irgendwie immer dran geblieben, weil ich es irgendwie geil fand, ähm, habe auch irgendwann gemerkt, dass ich dafür irgendwie so ein gewisses, ja, Händchen habe, ähm, und, und, und so kam das, also wirklich immer am Ball geblieben und da Spaß mitgehabt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, irgendwie auch ein Stück weit Leidenschaft, ne? Ja, irgendwann am Anfang nimmst du halt dein ganzes Umfeld aus, da muss jeder irgendwie vor die Kamera, ob er will oder nicht, ähm, nee, aber dann, dann kam das, dann irgendwann die erste eigene Kamera gekauft, ja. Was hast du, was meinst du, was du so an Equipment gerade hast, an Wert? Boah, alles drum und dran, weiß ich nicht, 30, 35, 1000 Euro, ja, ja, kommt schon was gut, gut und schnell was zusammen, aber guck mal, es fängt ja, es fängt ja, es fängt ja damit an, ne, du hast eine Kamera, oder kaufst eine Kamera, äh, dann kaufst du hier ein Objektiv, weil meistens die Linse irgendwie besser ist als, oder es ist besser, eine gute Linse zu haben, anstatt eine gescheite Kamera, genau, einen guten Buddy, dann hier mal 200 Euro für eine Speicherkarte, dann hast du Festplatten zu Hause liegen für 500, dann muss das Ganze ja auch irgendwie gebackupt werden, äh, hast du irgendwann nass zu Hause stehen für 3.000, 4.000 Euro und, äh, ja, die Kohle muss halt irgendwo auch reinkommen, ja, ne, schaffe, ne, schaffe, schaffe, Häusle baue, so, ja, naja, also da kommt, äh, kommt, kommt gut was mit der Zeit irgendwie zusammen. Und machst du rein Fotografie oder machst du auch Thema Video? Ne, Thema Video wird jetzt auch immer mehr, obwohl ich sagen muss, dass ich da jetzt nicht irgendwie der Beste bin, also es gibt deutlich bessere Leute in dem Umfeld, ähm, aber ich versuche halt immer jeden Tag irgendwie was dazu zu lernen, irgendwie neue Effekte auszuprobieren, mich irgendwie, äh, ja, in After Effects irgendwie mehr einzuarbeiten, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, irgendwie dann auch für den Kunden letzten Endes, ähm, ein Portfolio anbieten zu können. Und, äh, da glaube ich, ist es wie in, wie in jedem Beruf, aber auch bei euch in der Marketingwelt, ähm, Facebook bringt wöchentlich Änderungen oder Instagram, wie auch immer. Ja, voll, voll, heute noch gehabt. Da muss man, da muss man immer hinterherbleiben. Ja, heute noch gehabt, ich mit einer Kundin einen Call gehabt, Werbekonto nur einrichten. Ah. Sie so Screening-Geschared, erstens sah der komplett anders aus als bei mir. Perfekt. Ich so, wo sind deine Shortcuts, ganz anders gesetzt, die Button ganz anders. Business Suite zum Teil. Ja, Business Suite. Dann kommst du da erst mal. Komplett wild und dann kommst du dir richtig dumm vor, weil du kennst dich aus. Aber du brauchst mit Lenden, um dich klar zu... Ja, ja, genau. Und sie so, weißt du auch nicht, wo die funktioniert? Ich so, doch, doch, ich muss nur kurz gucken, wo sie bei dir ist. Weil, das ist wirklich so, also wir sind ja auch Dozenten und dann sitzen wir da mit 10 bis 20 Leuten in einem digitalen Zoom-Call. Und bist du dann Herr Professor? Ich bin dann Herr Professor Doktor, Doktor Thomas. Von und zu. Von und zu. Und, nee, genau, wir haben quasi Gruppen und den bringen wir halt zwischen mir dabei. Also wir bilden zwischen mir. So Academy-mäßig. Genau. Und das ist dann auch ganz crazy, weil dann irgendwie 15 Leute gleichzeitig in ihr Facebook reingehen und du deinen Screen sharest und alle so, bei mir sieht das ganz anders aus und ich habe so eine Oberfläche. Guckst du dir vor wie so ein Idiot. Ja, und alle so, was ist das für ein Vogel davon? Und dann sage ich immer schon, im Vorfeld sage ich so, das kann gleich irritierend sein. Bei euch sieht es mit Sicherheit etwas anders aus als bei mir, weil die Oberfläche einfach Benutzer definiert. Machen die da auch Split-Testing? Wahrscheinlich, ja. Safe. Wie bei Instagram ja auch. Ja, ja, ich kenne das. Ich habe irgendwie fünf Accounts oder sowas. Das ist immer unterschiedlich. Ja, und das ist, ich wollte gerade sagen. Oder dann einmal in die Beta reinrutscht, ne, mit einem Account. Funktioniert alles wieder nicht. Dann löscht du dich komplett. Nee, aber so ist es bei Facebook genauso. Und wie du gerade schon sagtest, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auf deinem Terrain, 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 in deinem Terrain und in deiner Branche vor allem immer up-to-date zu bleiben. Das ist nichts anderes. Muss so sein. Gerade mit Programmen oder auch mit Kameras. Also ich stelle mir vor, keine Ahnung, DJI bringt ja genauso wie iPhone auch irgendwie gefühlt. Jedes Jahr oder jeder zwei Jahre. Immer schön vor Weihnachten, ne? Ja, genau. Schön die neue Drone raus oder FPV und so. Kannst du erst mal wieder hier. Zack. Naja. Kaching. Genau. Nee, das ist immer schon böse. Kannst du Drohne fliegen? Nee. Nee? Bist du schon mal geflogen? Ja. Ja? FPV oder normal? Nee, normal. Zwei, drei Mal. Okay. Rühne die gar nicht so tief. Nee, meistens, meistens irgendwie. Keine Gabriomel. Nee, ein Kollege von mir hatte, oder, ja doch, ich glaube, der hatte irgendwie so eine Inspire damals und wir sind dann immer Dual-Modus geflogen und da habe ich schön Kamera gemacht. Das war's. Verantwortung bei dem. So was will ich nicht. Auf einmal die Kamera fällt ab. Mit dem roten Button gedrückt. Zack. Weg. Nee, okay. Ja, krass. Ja. Aber wäre das so ein Thema, oder merkst du das, oder lässt du das, nee, Drohnen fliegen? Das sollen andere machen. Also bis ich da auf dem Level bin, dass ich das irgendwie verkaufen kann. Du, beim Kunden so fliehst du mal durch das Auto durch. Ja, ja, ja. Nee, nee, aber ich, du brauchst ja erstmal eine gewisse Zeit, um irgendwie, um einen neuen Skill zu lernen, den du dann letzten Endes auch verkaufen kannst. Also klar, ich kann sagen, ich kann Drohne fliegen. Ja, aber dafür Geld zu nehmen und dann nachher zu liefern und zu sagen, ich mach da dir ein Video. Ich fliege dir gerade aus, ich fliege dir hoch, ich fliege auch eine Kurve, aber das genauso zu haben, wie der Kunde das haben möchte, vor allen Dingen dann, meistens ist ja dann auch, Zeit ist Geld und ich habe da nicht ewig Zeit, den Shot zu machen und wenn ich da, weiß ich nicht, zehn Anläufe brauche, dann hat der Kunde sich auch so hier, ey, wen habe ich denn hier gebucht? So auf der Hochzeit oder sowas. Kommt immer gut, kommt immer gut. One Chance und dann bist du late to the party, du. Oder den Kameradeckel noch. Ja, hör mir auf. Alles mit Milchglas voll. Ja, das ist nur ein Effekt. Nee, wäre nicht so gut. Nee, wäre nicht so nice. Aber genau, Fails, ist dir schon mal so ein richtig krasser Fail passiert auf dem Kundenauftrag? Und jetzt sag nicht, nee, war alles gut. Nee, 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 schon ein paar Fails dabei. Ich hatte einen bei einem größeren Projekt von mir, da war ich aber nicht dran schuld, aber es trotzdem war mein Uni-Projekt, meine Bachelorarbeit. Perfekt. Perfekt. Nee, war ein Filmdreh, hat auch, weiß nicht, 4.000, 5.000 Euro steckten von mir da auch drin. Leute aus ganz Deutschland habe ich dann irgendwie aus meinem Netzwerk geholt. Und dann hat irgendeiner die Festplatten verwechselt, weil die nicht gelabelt waren. Und ich hatte vorher bitte gesagt, bitte labeln und abkleben, wenn voll oder wenn Daten drauf sind. Dann hatten wir auch noch so ein Sicherungsprogramm, dass die doppelt gesichert werden. Die kamen dann, also das ganze Footage kam dann auch auf Festplatten. Aber derjenige, der da beauftragt war, hat die Speicherkarten dann verwechselt. No fraud. Und dann fehlte mir so ein halber Drehtag. Ei. Und Studio neu buchen, 800 Euro, die Leute nochmal, irgendwie noch eine Nacht länger. Schweinegeld, habe ich dann irgendwie irgendwann, ich glaube ein halbes Jahr später, weil ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt hier nochmal das Studium verlängern für ein Apfel und ein Ei. Dann habe ich das dann irgendwann später nachgedreht. Aber das war schon einer der großen Fels. Und mir ist das auch zwei, dreimal passiert, irgendwie auf Festivals. Wenn man dann irgendwie Liveclips oder sowas aufnimmt, hat das Mikrofon nicht richtig reingesteckt oder sowas. Es kommt vor, dann sind da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Und keine Ahnung, von sagen wir mal 60 Tracks kommen da irgendwie in einem Einstunden-Set. Dann fehlen halt fünf, wenn du die nicht coverst. Wenn du es nicht ansprichst und der Kunde dann auch nicht fragt, jetzt dann ist er so, ey, wo ist denn der und der, dann kriegt der es auch nicht mit. Aber es passiert halt einfach. Gerade weil Festival ist halt, du hast wirklich nur eine Chance. Du musst in der Zeit abliefern. Und wenn du nicht ablieferst, dann hast du halt ein Problem. Ja, voll. Sondern immer Foto, Video, Kombi gleichzeitig machen, das ist immer ein bisschen schwierig. Das werden, ich denke mal, deine Jungs und Mädels auch kennen, wenn die dann beides irgendwie shooten müssen. Eins fällt irgendwo immer ein bisschen hinten runter. Ja, deswegen nehmen wir bei so großen Shoots für Kunden auch immer gleich zwei Leute mit. Einer, der nur Video und einer, der nur Fotos macht. Ja, ist auch deutlich entspannter für beide Parteien. Und dann letzten Endes auch für dich als Content-Produzent gehst du viel sicherer an die Sache ran. Und du weißt, okay, ich habe jetzt hier einen, der macht den Job im Videobereich gut und der andere macht den im Fotobereich gut. Gut, für die Leute, die jetzt hier zuhören und zuschauen, die stellen sich wahrscheinlich Festival auch immer, weil du sagst, du bist hauptsächlich auf Festivals unterwegs. Und auf deinem Instagram kann man das ja auch verfolgen. Du hast so eine geile Dreier-Feed-Reihe, wo du dann so ein bisschen... Wird aber demnächst eingestellt. Ja. Ja, jetzt wird es hier geleakt. Haben wir im Urlaub schon ein bisschen gespekuliert, ja. Aber ist doch cool, sind wir mal gespannt, was da kommt. Nee, es muss einfach sein. Also, das sieht geil aus. Also, ich glaube auch jedem, dem ich das zeige, der denkt sich, wow, mega. Das ist ein typisches Visitenkarten-Portfolio. Ja, genau, schaut richtig fett aus. Aber wenn du das mal aus Marketing-Sicht siehst, ich lade zum selben Zeitpunkt drei Bilder hoch. Instagram denkt, okay, ey, das spammt mich jetzt hier schon wieder voll. Was soll das? Zack, kriegst du da irgendwie, ja, ich will nicht sagen Shadow-Bahn rein, aber du merkst auf jeden Fall, okay, Reichweite ist weniger. So, klar kann ich jetzt hingehen und immer Reels produzieren, aber auch das ist irgendwann, Reels sind halt mehr Aufwand als einfach nur Fotos. Manche Reels, ich meine ja viel so Fotoreels, die dann irgendwie auf den Beat geschnitten sind, wo dann immer die Fotos mit reinkommen. Aber auch die dauern dann irgendwie mal anderthalb Stunden oder zwei Stunden, bis das alles sitzt. Und gerade im Sommer, bei mir ist es dann so, ich düse Donnerstag zum Festival hin oder am Freitag, bin dann bis Sonntag da. Kunde geht immer vor, das heißt, die Kundenbilder müssen direkt am Wochenende fertig werden oder in der Woche danach, dadurch, dass ich dann aber ab, weiß ich nicht, Montag zurückkomme oder am Sonntagabend irgendwann, erst mal das ganze Fotos sichten, fertig machen, dann irgendwie gegebenenfalls noch für sich selber schneiden und dann wieder loszulüsen. Die Zeit ist wenig und waschen muss ich auch noch. So dumm es klingt, aber so selber irgendwie muss man auch gucken, dass man nicht hinten runterfällt. Über wie viel Footage sprechen wir da nach so einem Festival-Wochenende, was du selber durchsuchen musst? Pro Tag würde ich so schätzen dreieinhalb bis vierneinhalbtausend Bilder, mal mehr, mal weniger. Und dann bist du in der Regel drei Tage eigentlich immer da, ne? Ja, ja, genau. Meistens, meistens. Zum Beispiel Electric Love mache ich jetzt wieder im Sommer. Da bin ich fünfter, sechster, siebter, neunter, fünf Tage weg. Fünf Tage, krass, ja. So die ersten zwei Tage wird ein bisschen entspannter. Aber wenn dann wirklich Primetime ist, bist du halt konstant am Machen und Tun. Und wie viel kommt dann wirklich nachher beim Kunden an, um das mal den Kunden aufzuhören auf? Zwei, dreihundert Bilder? Also es ist viel. Insgesamt, ne? Ja, ja, insgesamt. Also ich gucke immer, guter Referenzwert würde ich sagen, bei einem Festival, wenn du jetzt wirklich nur dich auf gute Shots beschränkst. Weil irgendwie, also für mich muss ein Shot immer was haben. Atmosphäre muss da sein, Motiv muss gut sein. Ähm, Farben müssen auch irgendwie matchen damit, dass es vernünftig aussieht. Ähm, und dann wird die Auswahl doch relativ schnell relativ klein, ne? Und dadurch, dass ja so viel passiert, schießt du halt auch viel Bilder, ne? Motive bewegen sich die ganze Zeit, Feuerwerk, Flammen, whatever. Ähm, dann belichte ich es immer nicht richtig, dann hast du die Fotos aber trotzdem mit drin und musst sie trotzdem durchgucken. Ähm, und dann wird es schon schwierig, aber so ein guter Wert würde ich sagen, sind so 120, 150 Bilder am Tag, wo du sagst, okay, ey, das kann ich ja abgeben. Und oftmals ist es ja auch so, das hattest du mir schon mal auch fernab des Podcasts erzählt, dass du quasi beim Schießen schon merkst, ah, das war jetzt ein geiles Ding, das markierst du dir schon mal. Ja, klar, also du gehst, dadurch, dass du ja Daily irgendwie Abgaben auch noch zusätzlich hast, ähm, gehst du hin und, also kann ich nur empfehlen hinzugehen und während des Tages, wenn du gemerkt hast, okay, ey, das ist hier ein Bombenbild, irgendwie Topshot, ähm, direkt ein Sternchen geben. Oder bei Canon ist es zum Beispiel so, dass ich dann direkt einen Stern geben kann und wenn ich das dann nachher in Lightroom ziehe, bin ich halt einfach vom Workflow her ein bisschen schneller und kann einem Kunden auch am Tag zwischendurch mal irgendwie Bilder deliveren. Ja, shootest du mit Canon? Ja, viel? Ja, nur. Nur? Immer. Okay. Immer. Mag Sony nicht. Das Instagram-Look ist so ein bisschen, äh, ausgelutscht. Okay. No front. Ist ja auch, hast du mit Sony schon mal, schon mal gearbeitet? Äh, ja, ich hab ein paar Sachen damit gemacht, ähm, aber ich kam nicht wirklich, also ich kam nicht gut zurecht, du brauchst auch, kann man vielleicht ganz gut vergleichen mit dem Wechsel von Windows auf Apple, du brauchst einfach ein bisschen Zeit oder von Android auf ein iPhone, du brauchst einfach ein bisschen Zeit, bis du damit vertraut bist, bis du mit dem System weißt, okay, wie funktioniert das, wo, wo hat meinetwegen auch die Kamera irgendwie letzten Endes die, äh, die Grenzen und so und so muss ich arbeiten, damit ich hier schnell durchkomme und auch meine Kamera so einstellen kann, ähm, dass ich das optimale Ergebnis dann direkt hinbekomme, ähm, von daher, ich bin, bin kein Fanboy, so ein bisschen. So Placement, so. Ja, 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 sponsort mich. Also gibt es tatsächlich so irgendwie, äh, Fotomarken, die dann auf dich zukommen und sagen, hey, probier doch mal das neue Objektiv ausschicken und so wieder zurück und... Auf mich ist jetzt noch keiner leider zugekommen. Ja, vielleicht ändere sich das nochmal. Ähm, aber ich glaube, wenn man da irgendwie mit denen mal in Kontakt tritt, könnte das was werden. Ich weiß, es gibt einen, Rutger Gerling, ähm, der ist, äh, was ist das, Senior Photographer vom Ultra und Tomorrowland, für die, die es nicht wissen, sind so die, ähm, ja, die weltweit größten oder bekanntesten Musikfestivals. Ähm, der, glaube ich, ist Canon Ambassador, aber da weiß ich ja jetzt auch nicht, wie das irgendwie läuft mit neuen Modellen oder testen oder was weiß ich nicht. Kommt dann noch. Ja, wäre cool. Würde mich freuen. Ähm, du warst selber jetzt gerade, äh, vor kurzem, du bist quasi frisch wiedergekommen aus, äh, Miami. Ja. Ja. Ja, ich war, ähm, bei der Miami Music Week und, äh, danach noch für einen spontanen Trip in New York. Also, zwei Wochen jetzt weg gewesen. Mega. Wie war es? Krank. 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 Krank gut. Er hat was gemacht. War eine krasse Zeit. Aber warst du Job-Tagentstar oder warst du eher privater? Oder gewiss? Offiziell? Ja, offiziell. Offiziell natürlich. Privat. Ach so. Ja. Okay. Ich hätte jetzt auch andersrum gedacht. Nee, ist ja immer mit Work-Visa und so ist das eine Sache. Ach so. Ah, ja, ja. Aber ich wurde jetzt nicht bezahlt. Also, da ist jetzt kein Geld geflossen. Man kann es vielleicht ein bisschen beruflich sehen. Okay. Also, USA-Visum, ich weiß jetzt nicht, die genauen Bezeichnungen, kostet ab anderthalb tausend, wenn du dann größeres brauchst. Ein Arbeitsvisum. Genau, genau. Wenn du viel verdienst, zweieinhalb, drei, vier. Boah, krass. Ich kenne aber auch welche, die haben jetzt irgendwie für eine Work-Visa 6K gezahlt. Also, das ist schon, ist schon richtig was. Hatten wir auch am Flughafen ein bisschen Probleme, weil die Jungs, mit denen ich gereist bin, die waren vorher für drei, nee, für zwei Shows waren die in Asien. Und dann hatten die ein paar Entertainer mit drin, aus Japan. Und da haben sie dann an der Grenze ein bisschen Augen gemacht und gesagt, so, hä, was ist das denn hier? Und ihr seid hier privater. Ja, ja, aber das haben wir jetzt nicht durchgeguckt. Also, das war jetzt bei mir jetzt nicht irgendwie das Ding. Aber wir waren wirklich zum Großteil privat, würde ich sagen, schon da. Klar, gefilmt, Fotos wurden gemacht. Wir haben auch irgendwie so ein bisschen Vlog-mäßig was gemacht. Wer Bock hat, kann sich das gerne angucken bei Pajain. Auf dem Insight-Channel. Da ist ein bisschen was zu sehen, was wir so erlebt haben. Oder kommt jetzt noch. Aber war gut. Würdest du mit Sicherheit dann ja auch nochmal teilen. Safe. 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 Ich bin gespannt, echt. Ja, wir waren ja kurz vorher, du bist ja quasi aus dem Kalten ins Warme dann. Ja. Wir waren ja vorher erst noch. Eine Woche vorher. Eine Woche Skihulau. Schief an. Das war auch gut. Ski vorne, ja, mit einem Minus-Eins dann. Ja. Snall die Hand, du. Snall die, verdammt nochmal an. Ja, das war ja auch gut. Leider haben wir da keine Fotos gemacht. Das war so. Nee, wir wollten. Wir wollten, ich habe an dem Tag noch gesagt. Du hast die Sachen sogar im Spind da unten gehabt, ne? Ja, ich habe die Sachen im Spind gehabt und meinte, ey, lass das heute machen, weil Wetter gut war. Und dann meintet ihr so, nee, lass morgen ganz entspannt. Weil ja der Plan war, dass die Jungs noch eigentlich zusätzlich kommen. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir morgen. Ja, und dann hat sich am Morgen Jan lang gemacht. War nicht so gut. Die zwei, drei Aufnahmen mit dem Handy haben wir noch hingekriegt. Im geilen Wetter. Ja. Das war schon, das war schon nice, aber schade drum. Du nächstes Jahr dann. So. Aber ich bin ja nächste Woche nochmal Skifahren und Shooten. Echt? Ach ja, in Sylden. In Sylden, Electric Mountain. Oh, geil. Top Comi diesmal. Also geht, glaube ich, schlecht auf. Schön aufski an und dann Shooten. Ja, aber diesmal kein Alkohol. Ja, ja. Ja, das könnt ihr dann in der Story verfolgen, ob kein Alkohol fließt. Ich bin mal gespannt, wir können ja Wetten abschließen. Also ich glaube schon, dass da... Wettest dagegen? Was? Könnte passieren. Ich habe schon Wette aufgelöst wieder. Ja. Was war denn so, mal rückblickend auf deine bisherige Karriere, nenne ich es einfach mal, was war so das krasseste Erlebnis, wo du dich selber so ein bisschen auch beim Arbeiten zwicken musstest? Also eine Sache hast du mir auf jeden Fall schon mal erzählt, im Privaten. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du jetzt auch nochmal... Deswegen nehme ich es nicht vorweg. Deswegen bin ich mal gespannt, was du jetzt raushaust. Zwei Sachen, würde ich sagen. Ja, gerne. Einmal habe ich 2022 durfte ich Parukaville shooten, also das größte deutsche Elektro-Festival. Das war also im offiziellen Mediateam. Das war schon heftig. Also so, keine Ahnung, ich bin der Junge vom Dorf. Ich habe so Fotos geknipst, so als Hobby und durch so einen Zufall kam ich in die Branche und darf dann das Festival so machen in Deutschland. So drei Jahre später. Ja, drei Jahre später, wovon zwei Jahre Corona waren. Also es ging schon echt schnell. Das war einfach so gestört. Habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das zu raffen. Und dann, wenn du da dann irgendwie mit den ganz Großen so irgendwie dann auf der Bühne stehst, darfst du dann shooten und ja, war schon geil. Und tatsächlich mein erster Zeitungsartikel. Ich glaube, das war das, was du meintest. Als ich im Oktober, war das glaube ich, Andreas Gabalier in München fotografiert habe, vor 100.000 Leuten. So, also, krass. Nee, also wirklich, das war einfach, war einfach heftig. Du guckst und guckst und guckst und diese Bühne war 150 Meter breit. Also es war bis dato und ich glaube, es ist immer noch die größte Konzertbühne, die jemals in Deutschland so in der Breite aufgebaut wurde. Und du guckst die Bilder an und diese Bühne hört nicht auf. Und es sind immer mehr und immer mehr Menschen. Also es war schon absurd. Und eins der Bilder wurde dann von der Südtiroler Zeitung oder kleine Südtiroler Zeitung und wieso. Dann hochgeladen und dann habe ich später so mal gegoogelt, okay, größte Tageszeitung in Österreich, perfekt. Perfekt, geil. Ja, nee, also war schon krass. Hast du dafür eigentlich irgendwas bekommen oder waren das die Bilder quasi für den Kunden? Nee, der Veranstalter hat die dem Kunden angegeben. Davon bekomme ich nichts. Ich kriege dann meinen Tagessatz. Und damit sind dann rechtliche oder sind dann sämtliche Rechte irgendwie abgegolten. Klar, die müssen immer noch Urheberrecht beachten, was auch nicht viele tun. Bei manchen tritt es auch noch mit ab, dass sie halt sagen, okay, die dürfen veröffentlichen ohne. Bei den meisten ist es so. Aber in dem Fall war es ein bisschen anders. Also es war schon krass. Und ich hätte sogar noch eine Woche später Helene für Fischer machen können. Vor 150.000. Selbe Location? Genau, selbe Location. Das war so ein Dreiergespann. Robbie Williams, Helene Fischer und Andreas Cabellier. Aber hast du es dann noch nicht mehr gemacht? Er ging nicht. Auftrag. Nee, ich war irgendwo anders schon gebucht. Und bei mir ist es so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Nur den mache ich dann auch. Ich finde es einfach nicht fair, irgendwie hinzugehen und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein geiles Angebot auf dem Tisch liegen. Der verlässt dich auch auf dich und hat dich auch angefragt und wollte dich haben. Das lief, weiß ich nicht, drei, vier Monate Vorlaufzeit sind da immer vor oder sind da immer hinter bei den Bookings. Und das kannst du nicht, also du kannst schon das so absägen, aber dann buchen dich die Leute nicht mehr. Und gerade wenn man, glaube ich, in dem Bereich arbeitet, mit jährlich sich wiederholenden Veranstaltungen, ist es schon wichtig, irgendwie ein gutes Image zu haben, dass die Leute wissen, okay, auf den kann ich mich verlassen, der ist pünktlich, der liefert seine Sachen vernünftig ab, in guter Zeit, die Qualität stimmt. Und es macht Spaß, mit dem zu arbeiten. Das sind die wichtigsten Punkte, ne? Ja, safe. Ja, genau, gute Arbeit abliefern und dann weiterempfehlen. Und ich glaube, Netzwerk spielt auch eine große Rolle. Ja, ja. Also wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der sagt, hey, jo, mit dem habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, den holen wir mal mit ans Set oder so. Nee, ich glaube, das ist so. Dann entstehen, glaube ich, auch ganz coole, spontane Dinge oft, ne? Also, ja, doch, schon. Ich wüsste jetzt nichts auf Anhieb, aber ein paar Sachen gibt es, die immer gut sind. Was würdest du denn sagen? Und ich weiß nicht, du hast ja die eine oder andere Folge von uns vielleicht schon mal reingehört. Weißt du, welche Frage jetzt kommt? Ja, was macht mich konkurrenzlos? Oh, richtig. Perfekt. Perfekt. Was macht dich konkurrenzlos? Boah. Ich habe vorhin tatsächlich auf der Autofahrt hierhin darüber nachgedacht. Erstmal so rechts überholt. Nee, ich kann es ja gar nicht sagen. Also ich glaube, ich habe einen Blick für vieles, was viele nicht haben. Und ich glaube, ich shoot Emotionen nochmal anders als viele. Das ist so, glaube ich, der biggest USP, wenn ich so sagen kann. Oder wenn man das so sagen kann. Und ich glaube dann irgendwie in Kombination mit dem Typen, der ich bin, glaube ich, ist das was, was viele Kunden gerne haben. Ja, und dann halt die Standardsachen, dass man zuverlässig ist, etc. Was ja auch nicht mehr heutzutage verständlich ist. Leider, 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 leider. Und dass man irgendwie strukturiert arbeitet. Aber ich glaube, dass jeder, der irgendwie im unternehmerischen Bereich tätig ist, der weiß, wenn du keine Struktur hast, dann fliegt dir irgendwann früher oder später alles um die Ohren. Sei es irgendwie im Backoffice, sei es irgendwie von einem Flieger im Steuerberater zusammenzuarbeiten oder einen Kalender zu führen. So, machen manche nicht. So, und die sind älter als ich. Dann überholst du die halt links und schiebst dich vor dir. Hast du, so drei kleine Themen habe ich tatsächlich noch, die mir so spontan jetzt noch in den Kopf gekommen sind. Schieß los. Hast du Vorbilder in der Branche, wo du sagst, boah, ich habe jetzt hier den und den Fotografen oder Videografer, wo ich mir so ein Inspu hole. Und weiß nicht, also den, in dem ich jetzt ohne fett krass in der Fotografiebranche zu sein, weiß ich, dass Paul Rippke einfach ein cooler Typ ist. Und der bei der Formel 1 war, WM mitgeshootet hat. Und das sind so dicke Dinge. Ich glaube, also ich habe jetzt Paul nicht persönlich irgendwie kennengelernt. Aber so Paul macht, so empfinde ich das zumindest. Und wenn man einen Podcast von ihm ein bisschen hört, bekommt man das, glaube ich, auch ganz gut mit. Paul macht das, worauf er Bock hat. Und wenn er darauf keine Lust mehr hat, dann sagt er dem das. Oder der Firma, wie auch immer. Und widmet sich dann irgendwie eigenen Projekten. Und ich glaube, wenn man die Schiene fährt, ist man sehr, sehr gut dabei. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Also wirklich schwierig. Es gibt wirklich krasse Leute. Ein Deutscher zum Beispiel, Julian Hucke, macht extrem krassen Stuff. Qualitätsmäßig, motivmäßig. Look ist nicht immer meins, sage ich ganz ehrlich. Würde ich ihm aber auch so ins Gesicht sagen. Aber die Sachen, die er macht, sind einfach krass. Und dann gibt es auch irgendwie, keine Ahnung, Rutger Gerling oder sowas macht heftige Sachen. Gibt schon ein paar. Mega. Und da irgendwie dann Inspo holen. Und dann gucken wir mal, dass vielleicht irgendwie auf seinem eigenen Seil oder im eigenen Ziel irgendwie was umsetzen. Weil so Copycat mag ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube, jeder, ich sehe dich zum Beispiel auch eher nicht als Fotograf, sondern eher als Künstler. Also für mich sind Videografen und Fotografen immer Künstler. Weil ich zum Beispiel das auch ungerne so habe. Klar, du musst irgendwie, gerade auf einem Festival brauchst du irgendwie einen Leitfaden, woran du dich hangeln musst. Aber bei der Umsetzung nachher bist du, deswegen buche ich dich ja und gucke ja auch in deinem Portfolio nach, weil ich deinen Style mag. Den sollst du dann so umsetzen und sag nicht, nee, du musst so und dann musst du das den filtren und so. Das ist ja dann strengst du dich ja komplett selbst. Nee, also ich glaube, jeder in dem Bereich guckt schon so, dass er so seinen eigenen Stil macht. Aber das entwickelt sich auch. Das ist einfach Intuition. Klar kannst du mal nachfragen, okay, hey, wie hast du das gemacht? Dann kriegst du da auch Tipps. Zum Beispiel, vielleicht simples Beispiel vom Steini. Also Stein, so ein Images, heißt er auch ein deutscher Fotograf im Festivalbereich. Der hat mir vor einem halben Jahr tatsächlich erst so den Tipp gegeben, wenn du weiter von der Bühne wegstehst, mach einfach eine 50. Verschlusszeit für Laser, weil die Laser dann halt vernünftig kommen. Und ich habe damit vorher irgendwie immer super Struggles gehabt und ich habe es nicht gebacken bekommen. Keine Ahnung, war einfach zu, also blond und blöd, ich kann auch beides sein. Nee, und sowas simples jetzt und jetzt muss ich sagen, bin ich zufrieden mit dem, was ich jetzt mache. Also so Kleinigkeiten sind das, glaube ich, die man immer mitnehmen sollte, um irgendwie besser zu werden. Aber einen Stil entwickelst du dann einfach selber. Wie wichtig ist bei dir das Thema Social Media? Also du selber bist ja viel auf Instagram unterwegs. Nutzt du noch andere Social Media Plattformen? Tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich hatte mal überlegt, das irgendwie über LinkedIn zu machen. LinkedIn Bubble ist, glaube ich, im Eventbereich ein bisschen schwierig. Also klar, die haben das alle, die schreiben dann auch irgendwie coole Artikel so über die Sachen. Ich weiß nicht, ob ich es, also brauchen, ist ja irgendwo auch mit Zeit verbunden, das Ganze dann vernünftig zu pflegen. Ich weiß, wie viel Zeit da so hinter steckt. Von daher, also entweder gehe ich hin und sage, okay, ich mache jetzt hier einen vernünftigen Marketingplan, wie ich das Ganze, ja, einfach letzten Endes an Neukunden irgendwie pitchen kann oder mich als Person pitchen kann und meine Dienstleistung. Oder ich lasse es halt, weil ich bin immer irgendwie, also mein Motto ist so ein bisschen so all in no nothing. Und dann muss das vernünftig aussehen und dann direkt, also vernünftige Strategie irgendwie hinter. Aber zum Großteil ist Insta und wie ich vorhin schon gesagt hatte, wird sich jetzt ein bisschen was ändern. Also es gibt jetzt demnächst wieder Einzelpostings, aber dazu kommt noch was. Sehr cool. Und würdest du allen Jungs und Mädels da draußen, die jetzt so nach dem Podcast, nach dem Anhören denken, dass ich so, boah, auch Festivals fotografieren und fotografieren liegt mir eigentlich auch, aber die kommen gar nicht so richtig aus dem Quark, sind vielleicht noch super jung oder haben noch nicht das geilste Equipment und fotografieren vielleicht noch gerade mit einem iPhone, was auch übrigens krasse Fotos machen kann, wie wir im Skiurlaub gesehen haben. Ja, ist immer die Frage von Licht. Genau. Aber was würdest du solchen jungen Leuten auf den Weg geben, wenn du jetzt sagst, hey, du solltest, das gibt eh nie Plan A, aber irgendwie so einen grundlegenden Tipp, hey, was wären so die nächsten Steps? Ich würde tatsächlich hingehen und Veranstalter oder Künstler einfach anschreiben, wirklich, weil das Nein hast du so oder so schon, wenn du nicht gefragt hast, einfach auf den Interessenten zugehen und sagen, okay, ey, ich möchte hier gerne was für dich machen, ich kann das auch gerne irgendwie kostenlos machen oder du zahlst mir Sprit, whatever. Einfach ein attraktives Angebot letzten Endes oder ich komme einfach nur mit, zusätzlich zu dem, den du da hast und fertig und shoot dann einfach, ich gebe dir die Ergebnisse und das war's. Oder dann wirklich hingehen, so habe ich es zumindest gemacht, ich habe wie so eine kleine Bewerbung halt einfach hingeschrieben. Ich glaube, cool wäre das Ganze auch in Videoform, einfach kurz ein paar Worte zu sich, was man so macht, irgendwie ein bisschen Background, Referenzen mitschicken, vielleicht auch irgendwie mit reinschreiben, okay, wo möchte ich damit hin, dass der Kunde sieht, okay, der hat eine Vision, wo er irgendwie hin möchte mit dem ganzen Spaß, den er tut oder macht. und dann einfach, einfach machen. Einfach machen. Einfach machen, einfach anfragen. Drei Buchstaben. T-U-N. Tun. Tun. Einfach tun. Tun. Das ist auch ein guter Tipp, ja. Aber das ist so, glaube ich, auch den Tipp, den ich jedem geben würde im Bereich Social Media. Also das sind mit allen Dingen eigentlich so. Wollte ich gerade sagen. Also irgendwo umsetzen und anfangen zu machen und nicht mal darüber zu philosophieren. Also wenn du halt nichts machst, kommt auch nichts. Ja, ist so. Das ist schwierig. Aber das ist auch ein guter Tipp, so zum Abschluss des Podcasts. Und wenn du nichts mehr hast, wirst du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, außer dass sie bald auf deinem Instagram neuen geilen Stuff zu sehen bekommen. Also wer Bock hat, kann gerne vorbeischauen. Ja, wir verlinken dich natürlich oder deinen Kanal hier auch unter dem Podcast. Danke, mein Lieber. Auf allen möglichen Plattformen, wo er dann online kommt. Und bedanke mich erstmal für die coole, lockere Folge und die Einblicke, die du uns gewährt hast. Ja, bitteschön. Danke sehr, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und jetzt gehen wir gleich schön was schnabulieren. So. So. Dann kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Nein, Spaß natürlich nicht. Also vielen, vielen Dank, Nikolai. Und vielleicht kommen wir dich ja mal in Köln besuchen. Dann machen wir mal 2.0. Wäre stark. Wäre stark. Schön am Rhein. Vielleicht mal, ja. Gucken wir mal. Machen wir so einen Draußen-Podcast. Auch gut. Auch gut. Ciao, Leute. Tschüssi. 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 Tschüssi.